Ich überlege mir, Fett absaugen zu lassen. Ich habe jetzt wirklich alles probiert. Brigitte-Diät, Yoga, Sportunterricht bei Herrn Hetzer in der Schauspielschule, mich selbst finden in der Höhle, Tanzausbildung habe ich gemacht. Nur Joggen mag ich nicht so gern. Und man kann ja drei Liter auf einmal absaugen. Mich interessieren Figuren, die vielschichtig sind, also Charaktere, die Gegensätze in sich vereinen. Das heißt, ich mag besonders gern Geschichten, wo Figuren die Möglichkeit haben, sich im Laufe der Zeit zu entwickeln, weil im Grunde das auch das ist, was ich möchte, eine Geschichte erzählen. Und gern irgendwo im Süden, in der Sonne, das wäre auch nicht schlecht. Also Rollen kann ich mir viele vorstellen, wenn ich das mal eben vortragen dürfte. Die Kaiserin, die Königin, die Kriegerin, die Diva, die Betrugene, das Bond-Girl, die Betrügerin, die Ehefrau, die Geliebte, die Mutter, die Killerin, das Cowgirl, die Agentin. Die Joggerin nicht so gern, die Tänzerin, die Exzentrische, die Melancholische, die Sensible, die Cholerische, die Lustige, die Traurige, die Dramatische. Oder eben einfach, einfach ein Pfirsich. Also Pfirsiche, also dieses saftige Fleisch von so einem Pfirsich, das hat etwas, das kennen jetzt nicht viele Leute. Dieses Gefühl vielleicht von diesem Fleisch, von diesem Pfirsich, können nicht so viele teilen, dieses Gefühl. Aber vielleicht finde ich ja jetzt auf diesem Weg, dass mich vielleicht jetzt jemand da draußen sieht und da meine Neigungen teilt, was diesen Pfirsich betrifft.